Heyo, hier ist Ronja und wir spielen eine weitere Folge Scribillio mit Flo und Topps. Warum heißt das eigentlich Scribillio? Warum heißt das nicht einfach wie mal im Bilder und wir müssen erraten, was das ist? Weil das, glaube ich, ein bisschen lange ist vom Namen. Also ich würde es mir merken. Besser als Scribill. Oh, vier Buchstaben. Ja. So. Wir machen. Ah. Okay, was ist das? Eine hässliche Melone. Okay. Achso, das ist Flo. Und da, diese Melone die ganze Nacht mit einem coolen Typen Overwatch spielt, ist diese Melone müde. Du hast sogar noch müde gesagt. Hä? Hab ich das? Ja. Was? Was ist denn das für ein Wort, Flo? Ah, ich weiß es. Daumen runter. So sind deine Türen, ich glaube, das Ding hat keinen Ausbruch. Daumen runter. Ja, das ist echt so. Ich glaube, ich mache es so. Wobei, ne, ich mache es doch anders. Warte. Okay. Okay. Okay, ich muss aber jetzt ein bisschen hinne machen. Ihr werdet es noch nicht erraten. Ich werde es noch ein bisschen zeichnen können hier. Also keine Angst. Aber du hast auch Tiefseetaucher geschrieben. Ja. Das sieht aus wie so ein Enderman, der ertrinkt. Das ist ein Taucher. Okay. Ja. Das ist sogar noch so ein Tank. Oh, das ist schön. Der blutet. Oder der schießt da irgendwelche Sachen aus seinem Kopf. Sauerstoff-Tank ist es auch nicht. Nö, nö, nö. Es sind zwei Wörter. Das ist das erste Wort. Das ist auch kein Unterwasserfotograf. Das erste Wort ist das hier. Was ist das? Das ist ein kleiner Vogel. Wer war der? Doch. Das ist ein kleiner Krebs. Was macht der mit den armen Vogeln unter Wasser? Aber was denn? Der ertrinkt den. Das ist ein Papagei? Der ertrinkt den Vogel. Hä? Warum ist der so bunt? Der ist halt bunt. Aber das ist ein kleiner Papagei, ja? Vogel-Tiefsee-Plasche. Komm schon. Komm schon. Verbinde das einfach. Ich weiß nicht, wie es sonst darstellt. Papageientaucher. Das ist ein Papageientaucher. Das ist ein Tier. Das ist doch keine Ahnung. Es war das Beste von den drei Wörtern. Die Ahnung war noch schlimmer. Oh Gott. Aber ich habe es gut gezeichnet. Ja, du hast es schön gezeichnet. Das war nur leider sehr schwer, das Wort herauszufinden. Tops, ich bin hartnäckig. Ja, das stimme ich zu. Das sieht aus wie Florian. So, warte, hier. So, da machen wir einen Teil drüber. So, was ist das? Ähm, eine unerkennbare Zeichnung. Nee. Ist das Fleisch? Nein, das ist kein Fleisch. Das ist eine Zunge. Nein, das ist keine Zunge. Okay. Okay, so. Jetzt haben wir hier. Ist das ein Krebsgeschwür in der Zunge? Nein. So. Ich kann einen Flaschen öffnen, aber das passt auch nicht. Nein, nein, nein. Das ist für große Hände. Geht es dem Menschen gut? Guck mal. Er nimmt so eine Hände und er macht sie da dran. Und? Ja, was ist das? Hä? Keine Ahnung, aber das ist rot. Ja. Ich würde nichts Rotes anfassen. So. Ist das Klopapier? Du bist Klopapier. Hä? Ich verstehe schon, woher du kommst, aber das Bett zeichnet irgendwie. Weiß nicht, was das sein soll. Ey, du hättest das so komisch machen müssen. So, mit. Handtuch? Ja, Handtuch. Wo ist das? Ein Handtuch? Das ist ein Handtuch. Ein Stück Fleisch an dem Haken dran. Du siehst aus wie ein Stück Fleisch an dem Haken dran. So. Ein erster übrigens. Ich bin nicht mehr da getult. Es kommt Tumse. So. Das ist unsere kleine hässliche Melone. Der ist hier. Okay. Und der. Hi, oh, my. Und der. Pfeift. Erschliet. Denn er hat. Gute Laune. Das war kein Wort, was ich geschrieben habe. Ein? Was ist das? Paaah. Ah. Okay. Sollst du das das Ohr sein? Und das der Wurm, der in dem Ohr drin wohnt? Ja, du kannst dich auch suchen. Schnellst du mir gern. Okay. Uffi. Ähm. Äh, 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 äh. Okay, klar. Okay, ich kann keinen Hintergrund machen. Einer Toss. Every time, hä? Ja. Medaille? Geht nicht. Oh. Lol. Wüsste was? Nee. Golden. Also, man kann's theoretisch erkennen, schätze ich mal. Schön ist es nicht. Erster Platz. Bin wieder dran. Oh, ich bin gemütet. Oh, nice. Flood ist schlecht. Ja, das war bad. Das krieg ich jetzt mal hin. Ich will Sachen jetzt im Hintergrund machen. Mhm. Toops. Ich mach das jetzt einfach rein aus Prinzip. Ich merk's. Weil Leute immer Hashtag ausrufen, wenn die Kommentare schreiben. Ey, warum hast du nicht den komischen schwarzen Pilz? Äh, 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 Pik, Pik, äh, Pik, äh, äh, äh. Ui. Ja, aber den kannst du nicht malen. Das ist einfach ein schwarzer Klumpen dann. Ein schwarzer Schleimklumpen. Wer auch immer das isst, ich weiß nicht, wer das isst, aber. Bar. Okay, das ist, äh, eine Schüssel. Ich hoffe, bist du selber? Malst du dich selber? Das ist ein Ranger. Das ist ein Cowboy. Oh mein Gott. Bin so doof. Bin so doof. Du bist selber. Oh, das war's richtig geil. Das ist ein richtig geiles Mod. Okay, okay, okay. Oh, das könnte geile Zeichnung werden. Okay, ich bin gespannt. Taps. Was ist das? Äh, was ist das? Ich glaube, es ist irgendein Mensch, der überfahren wurde. Wird nicht besser, Flo. Was soll das sein? Richtig viele Menschen. Ist kein Konzert? Das ist ein DJ. DJ-Pol. Nein. Wer ist denn das? Geht's um die Person an sich, als gibt's irgendeinen Namen, oder? Ja. Toll. Oh nein. Ey, das ist echt nicht schwer. Okay, der hat eine coole Sonnenbrille auf. Welcher? Okay, welcher DJ hat denn lange schwarze Rasterlocken? Wahrscheinlich DJ schwarze Rasterlocken. Wer hat lange schwarze Haare? Warte mal, okay, warte, ich hab's gar nicht falsch gemacht. Ich glaube, ich muss hier. So. Oh je. Nur auf einer Seite. Ja. Kann er sich nicht mehr Haare leisten? Tut mir leid, irgendwie. Schreibt er das so? Ja. Oh mein Gott, ich bin ein Biest. Hä, aber ich kenn den nicht. Doch, doch, den kennst du. Nein. Jetzt schwimmen wir die eine Seite von seinem Gesicht jetzt einfach. Was hat denn für ein Lied? Oh guck, das ist echt nicht so schwer. Ja, wow. Kann das denn echt nicht? Also vom Aussehen ist das keine Ahnung. Das ist einer von den einzigen Musikleuten, die man vom Aussehen kennen muss. Nein. Man muss die Leute nicht vom Aussehen her kennen, man muss die Leute von der Musik her kennen. Ja, aber der hat ein Image, wie er aussieht. Ja. Das ist ein doofes Image. Das ist das schon wieder. High Heels. Okay, perfekt. So, das zieht man zum Beispiel. Was ist das? Ich check's nicht. Guck mal. Muss besser machen, ich krieg's ein Bildpunkt schon, weil ich check's nicht. Ja, Winterstiefel, aber das ist kein Wort. Ja, komm schon. So, ja, Winterstiefel. Komm, bitte. Mann! Was krieg ich denn für Zeug, Alter? Kennt den Struggle-Pumpf. Wer kennt ihn nicht? Ja. Oh, das ist schon wieder ein langes Wort, hast du da was Schönes ausgewählt? Ja. Okay. Grüner Wiese. Hallo, lass mich das ausführen, so. Okay. So, und diese grüne Wiese, diese grüne Wiese, und diese Biene, die ich meine, die hat... Die hat nämlich hier ein, zwei Probleme und zwar... Oh, okay, die hat Probleme. Was ist das? Das ist ein Mähdrescher. Nein, nein, nein. So, zack, 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 zack. Das ist bestimmt so ein Umweltschutz-Dings. Das ist so ein... Sag mir einfach, das ist ein Zaun. Sag ich ja nicht so viel. Und auf diesem Zaun ist so... Das kennen wir schon gerade, Zaun. Und auf diesem Zaun ist so Zeug drauf. Ja. Das ist spitz, das tut aua. Das ist nicht, dass man da rüberklettert. Ja, ja, schon klar. Ach, ich weiß das. Tops. Was? Tops, wieso legst du den Fokus denn auf... Weil man das da oben da drauf sieht. Das ist gefragt. Tops. Das setzt sich aus. Mach doch den Pfeil zu dem Grünen. Ja. Hä? Rat, ist schon richtig. Tops, mach doch den Pfeil auf das Grüne. Du bist doch... Jetzt? Tops, du hättest ruhig hier ein paar Insekten dazu machen können. Ja, ich weiß nicht, da hängt man sich dran auf, auszusehen. Ja, Tops, mach doch ein paar Insekten zwischen der Biene oder mach doch einen Regenwurr. Hä, was ist das für ein Stacheldraht? Oh, da... Oh, da hätte ich drauf kommen können. Ja, ja, da hätte ich drauf kommen können. Das war doch wohl obvious, oder? Ich war... Ich hab's richtig kass. Tops, du bist kein Vorteil, okay? Nur, dass du's warst. Ey. Wo ist denn das schon wieder? Das sind Gebäude, ja? Hochhäuser. Äh... Okay, das sind ihr zwei. Ja. Freunde. Nein, was ist das? Das ist ne große Kerze. Nee, das ist keine große Kerze. Das ist... Tops. Hä, was ist denn das? Tops, mein Tops. Was ist denn das? Okay, warte, und jetzt? Hä, was soll denn das jetzt? Sonja, das ist ein neues Format auf meinem Kanal. Okay, und? Wie heißt das? Ja, ich weiß nicht. Das war doch ne Naturkatastrophe. Ja, das ist... Äh, so... Tsunami. Nein. Doch. Im Kreis drehen. Nicht Tsunami. Oh, Tops. Aber wenigstens könnte ich auch mal so ein bisschen Punkte aufholen. Okay. Ey, du bist Seelandszeit, das ist mir egal. Ey, nein. So, liebe Frau... Oh, nein, das ist sehr grün. Also, ich mein... Wir machen ein angenehmeres Grün. So. Ne, wir machen Grau, das ist eine Straße. Wir machen das Grau. So, jetzt hab ich mich entschieden. Also. Der Tobias ist ein cooler Typ. Ist das nicht ohne Grund einen Daumen. Ja? Der... Nicht ohne Grund einen Daumen runter. Hat nämlich... Pass mal auf. Was der hat. Also. Ihr müsst mich kurz... Ist mit ein schönes Bild. Also. Ja. Ja. Hey, Ronja, ich hab alle schon durch. Äh, was kannst du noch sagen? Das ist kein Schwein heiraten tatsächlich, leider. So, ja? Tops denkt sich, ich hab mir was Cooles gekauft. Ja, und er will's allen zeigen. Wisst ihr, was es ist? So. Und zwar hat das hier, hat das ein Rad. Hä? Und da hat das ein Rad. Hat das so einen Griff, der geht nach oben. Och, wie heiß denn das? Da hat Tops seine kleine Ärmchen dran. Ronja. Warum muss ich hier mal? Warum kannst du nicht einfach den Dicken flogen? Ich hab mir gedacht, wenn einer von euch Segway fährt, dann bist es bestimmt du. Warte, ich... Segway. Ich dachte, die Leute aus der Segway fahren. So, jetzt mach ich wieder mein berühmtes schwarzes Weißbild. So, der Typ. Warum hat der einen Lachenkopf? Warum hat der einen Lachenkopf? So, hier. Okay, er hat wehende Haare. Warum hat der so Haare wie ein berückter Professor? Okay, er schreit. Ja, er schreit. Warum hat der im Auge... Der Auge ist nicht ganz zu. Ja. Er hat lange, äh, ne, so eine Art, äh, Gewehr in der Hand? Ja. Krieger. Und dieses Gewehr macht... Pio, 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 Pio. Ja, okay. Pio, Pio. Pio, Pio. Pio, Pio. Pio, Pio, Pio. Und da hat er so Farbe drin. Oh! Oh! Okay. Das ist die gute alte Ackerwirtschaft. Das ist die gute alte Ackerwirtschaft. Ja. Ich find's schön, dass du die Farbe nicht gemalt hast, sondern stattdessen erst mal ne Viertelstunde Pio, 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 Pio gesagt hast. Nice! Okay, Alter. Lass sie wenigstens anspielen auf dem anderen Video jetzt. Das ist mein Wort. Das darfst du nicht verwenden. Ich werd das patentieren lassen. Ich hab das ursprünglich geschrieben, glaub ich. Ja, ne. Das ist der Pech gehabt. Das ist jetzt meins. Du hast das patentieren lassen? Ich glaub nicht, ne? Guck mal. Das ist ein nicht gut aussehender Tobias. Okay. Und der... Warum ist der so grau im Kopf? Warum will ich grau? Das ist, weil er im Zirkus arbeitet. Okay. Ich seh aus wie ein Terminator. Ist er echt so... Oh nein. Das sieht gruselig aus. Äh. Ist das kein Jongleur? Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Ja, ein Jongleur. Und ja. Du musst das Verb formen. Oh! Easy! Oh mein Gott. Das war so eine Minisekunde schneller. Jetzt mal ohne Mist. Was soll denn das? Okay, 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 okay. Das wird was. Pass auf. Also. Es ist eine Fusion aus Tops und etwas anderem. Oh mein Gott. Ich hoffe, es gefällt euch. So, warte mal. Wir machen jetzt hier... Ach Gott, meine Katze wird... Katze ist, dass ich da nur gezwungen bin, auch das zu schreiben, was ich vermute. So, warte mal. Wir machen das diesmal, machen wir das schöner. Sind die Wörter zusammengesetzt oder was genau? Warte, du wirst es gleich sehen. Nein. Nein, 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 nein. Ich will, dass es schön wird. Mach die Schnauze, mach die Schnauze. Warte, warte, warte. Nee, nee. Es geht tatsächlich leider nicht um eine Schnauze. Es ist ein anderes Tier. Ähm. Hä? Hat das dann, ja? Hier hat das so Beine. Hm. Dann könnte ich ein bisschen dickere Beine vielleicht machen. So. Und dann hat das hier noch so eine Art... Pff. So. Hä? Hä? Okay. So. Pff. Was für... Eigentlich müsste Tops das Wort kennen. Pff. Pff. Da kommt es ins den Nachgeschossen. Rania, du weißt aber schon... War das nicht schön? Wartkick. 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 Zu spät. Warte vorbei. Kannst nicht mehr Wartkicken. Na gut. Das war's für diese Folge. Danke. Das ist gröbelig auch. Du wirst es nicht erwarten. Ich wär jetzt... Doch, du hast es euch jetzt gesagt. Nein. Nächste Folge, äh... Könnt ihr euch schon mal überlegen, was da passiert. Wird wahrscheinlich sehr aufregend. Vielleicht werde ich Gewote gewertet sehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Pudding! Tschau Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020